Diese zur Miete angebotene Verkaufsfläche wird in Duisburg, der Viertel, erbaut. Auf einer Gesamtfläche von ca. 50 Quadratmetern weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 40 Quadratmetern auf. Den Preis der Verkaufsfläche erhalten Sie auf Anfrage. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Auf einer Gesamtfläche von ca. 50 Quadratmetern, die Viertel, erbaut. Auf einer Gesamtfläche von ca. 50 Quadratmetern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017